Diebische Elstern! Hallo! Immer! Diebische Elstern, krack! Jetzt guckt euch das hier an! Schaut euch hier den Sonnenuntergang an, in die Richtung gucken! Oh, das ist schön! Stürzt das grad ab? Nein, das landet hier, um uns zu retten! Achso, das landet hier, um uns zu retten! Hochziehen, hochziehen! Achso, das war so ein Dreamliner! Ach du Scheiße! Und deswegen werden die ganzen Dreamliner zurückgeholt! Das war schon cool für 2006 oder wann es kam! Ja! Ey! Haller on Zoe! Ah! Ah Leute, ich lieg hier oben im Saft! Oh nein! Ich glaub wir kommen an Marv nicht ran! Ach komm schon! Nee, komm nicht ran! Nee, komm nicht ran! Nee, komm nicht ran! Warte! Nee! Warte! Ach Leute, nein! Musti! Warte! Garums Perhaps von lon, Jargen! warte! Ich glaub da oben, Marv! Vino! Nee, nee, diesen musste! Nein, der alte Man ist tot Leute! Hier kann ich mich hier ducken und einer springt auf mich drauf? Nein das gibts nicht. Leider. Herr! Du hast voll die Business-Taktik, den Afkada oben erwischen! Kann er auch nicht, oder was? Nur auf meinem Surfer, du hast gekonnt Wir können was nicht helfen Lass ihn halt, lass uns schnell die Zombies rufen, damit die ihn fressen Dann hauen wir ab, aber hier gibt's noch einen Raum Wenn wir Glück haben und du halt dann verstorben bist Kann sein, dass wir dich hier hinten wiederbeleben können Das ist die einzige Kammer, das könnte sogar klappen Nicht aufmachen, nicht aufmachen den Raum, den brauchen wir dann Steh mal schneller, alter Mann, tritt die Kippe aus Warten wir starten, bis der tot ist? Ich muss noch einen Zug nehmen, ich kann das nicht sterben Warte, ich werfe noch einen Molotov-Cocktail drauf eben Eis, Eis Kreis hat ihn gekillt Das war nur ein Gnadenschuss, jetzt können wir ihn da hinten retten Rettung Gnad Hätten wir den Raum mal vorher aufgemacht Oh mein Gott, da ist ein Zombie in dem Raum Holt mich mal raus Hä? Wie, wie, er konnte Kreis ihn schon retten, wenn er gar nicht hat Reingeschossen in ein Loch oder so Ach so Ich bin einfach drauf zugegangen und dann stand da sie auf dem Ich meine, schweig, ne Waffe ist weg, jetzt hab ich nur so ne, so ne blöde Ja, wir liegen neuer Au Bing Weil du mir mit dem MG den Rücken geschossen hast Hab ich gar nicht Ammo hier Groß Leute, mitkommen Oh mein Gott, in dem Raum, wo Mark grad drin war, da stinkt zweit, aber Wieso solltest da drin stinken? Weil du da wiederbelebt wurdest, hast du mal nach ner Wiederbelebung in so'n Raum ge- Komm alle rein und macht mit elf die Taschenlampe aus Warum? Das sieht super aus Hi Ihr seht uns nicht Soll ich mal Feuer machen? Wir wissen nicht, dass wir hier sind Nein Hier, Feuer Wie, sieht wir das Klamm eigentlich bei euch? Wuhu Ne Oh nein, ich glaub sie wissen, wo wir sind Aaaaah Jockey im Raum, Jockey im Raum Er hat mich Okay, keiner bewegt sich, nur schießen Okay Kreis duckt dich Hier ist nur ein Zombie im Raum, so Und hier vorne stehen ducken Oh, jetzt hab ich nur ne blöde Shotgun Spinner! Spinner, raus! Der kam reingesprungen auf einer von oben Ich bin gleich schon wieder tot, das ist doch nicht wahr Charge the Beans! Oh, er ist in den Raum reingelaufen Ah Ist Mab auch noch angekotzt? Ja Oh nein, das ist vorbei Nicht vorbei Mab ist nicht vorbei Das ist nicht vorbei, rettet mich! Warum müssen wir denn hier die Warum arbeiten wirklich alle im Zivildienst für die Alpen hier? Oh Gott, rettet mich! Ach, der alte Mann muss die Windeln hier wegziehen Ach komm, ich steh auch Komm, ich steh auch Smoker aufm Haus Das ist ein Flugzeug Aufm Haus, ey Der Maru wohnt in so'n Ding Wir nicht? Haben wir heute keine Fläche? Da, wo man das Gepäck Silberrücken und ne Pläne Auf dem Haus Was? Ähh Ah Zombies Oh, sie sind überall Zombies everywhere Wie lange müssen wir denn hier gegen Zombies kämpfen? Erst die müssen wir gerade ausgeben können, ey Bis die ersten Tanks kommen Und dann kommt noch ein Tank Gibt's auch ein Flugzeug für uns, mit dem wir abhauen können? Vielleicht Der Typ muss nur grad tanken Tank Und Spitter Der Typ, der uns retten will, der tankt grad das Flugzeug Und das natürlich Tief von hinten Von da, wo Mark gestorben ist Ich glaub, Mark ist der Tank Tank? Heller gern Au Muuu Der steht Der steht Auf Au Entschuldigung Ich dachte, das steht Was? Brennt jemand? Das ist so der Jockey Hast du, hast du Feuermunition oder wieso hat der gebrannt? Ne, ich bin, weil ich so heiß bin Nein, jetzt hab ich aus Versehen das Snipergewehr genommen Oh, ist meine alte Waffe da Bleiben wir hier oben oder was? Ja, das ist cool Oh Charger Beans Ja, ich seh ich aus wie einer von denen Seh ich aus wie einer von denen Seh ich aus wie einer von denen Du mülgla Du alte Kapfrotze, ich schau dir in dein Fissgesicht hinein Gut, gut Manchmal muss ich dreist einfach so ein bisschen Ich stell mir grad so einen Apocalypse, wo vier Aussies da gleich sind Die Zöpies Hier, hier Die Zöpies Sie von der Flüssig Sie von der Flüssig Die Zöpies Die Zöpies Tu ma was Wir sind für den Zögen, hier Bleiben unsere Jobs Bleiben unsere Jobs Hahahaha RELOADING OIda Ist du allein bei dir mit den Zombies Was machen wir denn jetzt hier ? Warten auf den nächsten Tank Wie, auf den nächsten Tank Ja, das Flugzeug wird noch betankt. Ja, auf den Tank warten wir halt. Den Tank-Tank. Auf den Tank was? Den Smoker da hinten. Er hat mich angesmokert. Der Zombie hier hängt geil vom Truck. Seht ihr den auch? Äh, nein, ich den kann den Charger... Boah! Boah! Versuche ich ein bisschen da von oben die Decken zu geben. Boah, der Francis mit der Gitarre. Tank. Tank? Da ist er, da ist er. Oh, da ist er schon. Das ist voll gelaufen. Boah! Nee, komm schon, ey. Und das muss man fallen. Das Flugzeug ist da, lass mal fliegen. Nein. Ich bin auf. Ja, ich bin auf. Ich lass mal nicht zurück. Das ist die richtige Einstellung, ey. Los! Hinten an die Luft. Habe die Autoren reinlaufen, das ist sicher. Das Flugzeug stand doch schon die ganze Zeit. Charger! Boah! Rein, Leute, rein! Hier, alter Mann, nimm die Pillen! Hier, alter Mann, nimm die Pillen! Endlich in Sicherheit! Oder nicht? Man weiß es nicht. Boah! Da kommen sie hinterher, sie wollen mitfliegen. Voll unlogisch. Der Flügel ist grad durch dieses Flugzeug weiter durchgegangen. Bist du einfach über die Klammen rübergefahren. Illusionist, ey. Und hast du gesehen, wie schnell das auf Topspeed war, um zu starten, alter? Was für ein Jab das. Ja, das bei so einem großen Ding. Ja, also, das ging richtig schnell. Der mit Zombie-Antrieb. Mit Zombie-Ant. 37 Minuten, das war ganz schön schnell. Nur einen Toten hatten wir gehabt. Oh, ja. Nee, ich gar nicht. Aber außer Gefecht war ich ja auch dreimal. Kreis und Dahl und die meisten Drogen benutzt. Ja, gegenseitig. Ich hab mit Feuer am Bomben gespielt. Er hat mich ein bisschen verbunden und ich hab ihn ein bisschen verbunden. Aber die Friendly Fire-Zone, die zählt nicht. Doch. Gerade die ist wichtig. Smoker und Char-Char, ja. Wichtig hab ich gekillt. Ja, ich bin dabei gewesen. Guck mir den Damage an. Tausend immer. Ja, ich bin auch gestorben. Oh, Friendly Fire. Da streiten sie sich wieder um die Krone. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Am meisten die Leute beschützt. Ich hab am genausten geschossen. Ihr seid ganz schön genau. Also, muss man schon sagen. Also, ihr zielt... Wir haben Schrollflinten... Nein, wir haben Schrollflinten genutzt. Die treffen, wenn eine Kugel trifft, reicht das schon. Ja, offensichtlich. Ja. Das war's mit der Kampagne Dead Air. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm. Hm. Hm.